Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Stream hier bei EHAIO. Auch herzlich willkommen alle YouTube-Zuschauer, die die Stream-Zusammenfassung jetzt irgendwann anschauen werden. Willkommen. Ich habe 10 Platinen bestellt. Von diesen 10 Platinen werde 2 ich behalten, 2 vermutlich Matthias bekommen. 2 plus 2 ist ja bekanntlich 4 und 10 minus 4 ist 7 plus minus, weil meistens kriegt man 11 oder 12 Platinen geschickt von PCBW. Die legen meistens 1, 2 noch extra dazu ohne Aufpreis. Von dem her haben wir vermutlich 6 bis 8 Platinen übrig. Und da werden wir wieder ganz traditionell ein Gewinnspiel machen und diese Platinen, also wer halt Bock drauf hat, verschicken. Wäre so mein Plan, damit ihr wieder so Zeug habt. Vielleicht drucken wir was, vielleicht lesen wir wieder einen Rahmen draus, vielleicht machen wir wieder einen Bilderrahmen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Dann gibt es wieder Bilderrahmen. Dann könnt ihr euch da nämlich drauf freuen, dass es da was Tolles gibt. Ich hoffe, ihr freut euch da auch drauf. Wehe, wenn nicht. Wir machen heute, also wenn wir noch keine neue Platine haben, ESB Home. Ich habe vorher gerade eine Meldung gesehen, die muss ich euch noch zeigen. Da gehen wir dann mal kurz drauf ein. Ich habe etwas bestellt, das liegt am Lötplatz drüben. Ich habe ja diese Halsensort bestellt, also da habe ich zwei Stück. Da werden wir auch einfach mal einen auf die aktuelle Version irgendwie fliegen, drauf löten und einfach mal schauen, ob der überhaupt funktioniert. Ich hätte mal vielleicht vor dem Stream dafür ein Magnet vorbereiten sollen, oder? Wir gehen jetzt erst mal hier auf den PC-Bildschirm. Ich habe nämlich hier schon mal vorbereitet die Programmierumgebung. Also wir haben ja das Ganze mal am Anfang hier über das ESP Home über Home Assistant programmiert gehabt. Und das war ja ein Kampf, der hat ja stundenlang kompiliert für das Ganze. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen das Ganze hier auf Computerebene instillen. Hier ESP Home habe ich gemacht, wenn ich dabei war. Gibt es sicher irgendwo zum Nachgucken. Und ich habe, wo wir das letzte Mal mit ESP Home gearbeitet haben, habe ich gesagt, ich habe irgendwie eine Meldung gekriegt, dass irgendwas irgendwo irgendwie abgedeckt werden muss. Die Meldung habe ich heute auch wieder gekriegt. Und ich habe jetzt hier quasi erst mal nicht weiter gemacht, weil dann kann man nämlich hier oben die Meldung sehen. Und zwar jammert darum, dass es ein Update gibt. Also es gibt ein Platformio Available 6.1.14. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Version habe, ob die da irgendwo steht. ESP Home 23.11.2, Platformio 5.4.0, keine Ahnung, wo da die Version stehen sollte. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich diese Meldung, dass man hier das Update machen soll. Also tun wir das jetzt auch einfach mal. Und vermutlich wird es dann halt so sein, dass danach nichts mehr geht. Wäre jetzt so mein Verdampf. So ist es immer. Python M PIP Install U Platformio. Und wenn danach nichts mehr geht, sind wir mal ganz zuversichtlich. Oh, 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 rot ist immer eher nicht so gut. A new release of PIP ist es will. Jetzt müssen wir erst noch PIP neu installieren. Bevor wir das andere installieren können. Ja, eigentlich ist das definitiv der Sinn, Bitswop. Also man tut mit gutem Vorwand, man sagt, man braucht das, weil man hat neue Features, tolle neue Features. Deswegen müssen wir das Update installieren, weil wir sonst nichts verwenden können. Wird schon funktioniert haben, oder? Jetzt tun wir einfach mal das da ausführen. In der Hoffnung, dass er das dann bereinigt. Cached API Requests, Cached Package Downloads, Temporary Daten. Das klingt doch gut. Weg damit, oder? Ich kompiliere jetzt mal die Sensei HIO. Schauen wir mal, ob das überhaupt noch funktioniert. Er installiert wieder irgendwelche Dinge neu gerade. Er kompiliert komplett durch, weil er irgendwelche Dinge neu runtergeladen hat. Und wir haben immer noch ESB Home 2023 11.2. Die Frage ist, wie kann man ESB Home irgendwie updaten? Siehst du, wenn ich da jetzt einfach ESB Home eingib? Er macht da irgendetwas. Er fragt mich nicht mal, er tut einfach, ne? Es gibt nämlich 224 3.2, wie man gerade sieht. Wenn, dann machen wir es schon gleich richtig übel. Und dann schauen wir mal, ob überhaupt noch alles geht. So, wenn es jetzt auch noch immer noch geht, dann bin ich aber happy. Also jetzt installiert er ein Haufen Packages neu. So, er hat die Meldung immer noch. Da gucken wir uns die gleich mal an, was er da jammert. 3,85 Sekunden. Das ist ein gutes Stück schneller geworden. Das war vorher irgendwo bei 5, 6 Sekunden, oder? Wenn ich es das zweite Mal ausgeführt habe. So, Obsolute PIO Core, V6.1.13 is used. Previous was 6.1.14. Please remove multiple PIO Cores from a system. Multiple Platform I.O. Cores in a system. Multiple Standalone Platform I.O. Cores. Aha, ach so, wenn ich es jetzt deinstelle, dann deinstellt er alles, oder? Ah, er fragt mich, was ich deinstellieren will. Uninstalling, ah, ach so, ich hätte 6.1.14 deinstallieren sollen. Tut er jetzt die 6.1.14 weg? Ja, ist gleich, ist gleich. Ja, easy, zack und läuft schon. Wir haben hier die Platine und ich habe hier irgendwie die zwei Pins gelötet. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal für irgendwie für hier gebraucht. Genau, wir haben ja hier die neue Version das letzte Mal aufgebaut. Ihr seht es da oben, die Temperatur von der HAC-Colute Station live eingeblendet. Und dann löten wir mal schnell hier die zwei Pins ein, dass wir Spannung wieder drauf geben können. So, Kanal 3, 5 Volt, 5 Volt, 0,5 Ampere, dass es nicht gleich brennt, wenn ich etwas falsch mache. Und on. So, das funktioniert noch soweit. Bin ich mal happy. Ich habe hier auch noch die Stiftleiste und hier habe ich gerade zufälligen Temperatursensor. Dann hauen wir den auch noch gleich mit drauf. Ah, und er heizt. Er heizt direkt. Das ist schon mal gut. Also, wenn der Temperatursensor weg ist, heizt er nicht. Das finde ich schon mal positiv. Und dann hängt es hier auf, damit die Finger hört er aufzuheizen. Also, es funktioniert immer noch. Was wir das letzte Mal gemacht haben, ich bin erstaunt. Haben wir jetzt zwei, drei Sachen zu machen. Ich habe, wie gesagt, hier diese Chips bestellt. Die werden wir jetzt auch gleich mal einen einlöten. Dafür muss ich aber erst mal schauen, was wir für einen bestellt haben. Da haben wir einen Pinout. Ich das male jetzt mal schnell auf, dass wir das da drüben am Lötplatz auch noch haben. Matthias hat die Testpunkte, glaube ich, auf der Unterseite hingepackt. Genau. Wir hätten hier 3,3 Volt. Wir haben hier Ground. Jetzt haben wir da unten 3,3 Volt. Das heißt, den könnten wir eigentlich. Wenn wir den jetzt direkt hier anlöten. Dann kriegt der 3,3 Volt. Ich schaffe es. Jetzt kratzen wir hier quasi ein wenig von dem Lötzdo-Plack mit der Resichlinge weg. Ah, wundervoll. Jetzt tun wir mal voll ein, damit ihr seht, wie toll ich das da gemacht habe. Ist das nicht toll? Es ist nicht toll, ne? Und da klatschen wir jetzt noch was von diesem super tollen Flussmittel drauf, als ich hier richtig gestellt habe. Das das letzte Mal schon so gestunken hat. Und mir das ganze Büro verpestet hat. Wenig. Das reicht. So, jetzt tun wir das da. Ah, er hat hier wundervoll diese Masseverbindung gemacht. Jetzt gucken wir nur noch mal schnell drauf. Da oben ist auch Masse, ne? Nur noch mal so zwecks, ähm, ob wir es schon richtig haben. Da oben ist Masse. Doch, doch. Das wäre jetzt ja wieder klassisch gewesen, wenn jetzt da keine Masse gewesen wäre. Und dann nehmen wir einfach einen von diesen Pins hier und hoffen, dass die alle irgendwie auch funktionieren. Also ich würde jetzt einfach den IO35 nehmen, ob der IO35 auch wirklich verwendet werden kann. Ich kann nicht, dass da irgendjemand rausgelegt ist, der dann do not use oder just output oder just, keine Ahnung was ist. Aber ich nehme jetzt mal den IO35. Boah, wie sieht da ich, wie ich mich da gerade reflektiere drin. Oh, schaut das cool aus oder schaut das cool aus? Ich sehe mich da gerade voll selber da in diesem Löt-Tropfen. So. Erst löten wir es mal da an, wo wir die größere Hitzequelle haben, haben wir das letzte Mal gelernt. So, und dann löten wir es einfach da an. Und die Vias werden schon durchkontaktiert, Dings isoliert sein und so. Da werden wir schon kein Kurzschluss kriegen von den Vias, oder? Jetzt biegen wir nur noch ein bisschen nach oben, ganz ein kleines bisschen, dass wir da nicht irgendwie... Eins, Magnet. String C, String V. Plattform Chip RO, dann nennen wir das Ganze Sensei-HIO. Hall-Sensor. Name, Hall-Sensor, wenn wir es denn brauchen würden. Und PIN-Number, GPIO 35, invertieren tun wir es mal nicht. Zu Info an alle, ich habe es gespeichert. Gespeichert. Jetzt noch mal kurz bemerken, ne? Also ich bleibe mir jetzt trotzdem gleich aufregt, weil irgendwas nicht geht. Aber ich habe es zumindest gespeichert. Ja, funktioniert einfach, würde ich mal sagen, oder? Was sagt ihr? Hier, Hall-Sensor, Off, On, Off, On. Jetzt will ich aber mal nix hören, ne? Wo ist das Lob? Wo sind die Applausen? Wo ist die Siegesfeier? Wie das einfach funktioniert? Wie das einfach funktioniert? Bis wir dann noch gleich was anderes testen, was ich mit diesem Magnet nicht testen kann. On, Off, ja. Ich muss nicht mal ansatzweise darunter kommen, dass das funktioniert. Und zwar, ob es beidseitig funktioniert. Ob es auch mit der anderen Polarisation funktioniert. Ja. Funktioniert tatsächlich. Das war ja dieser omnidirektionale Nord-Süd. Oder Süd-Tort. Das heißt, er geht in beide Richtungen. Macht er uns quasi ein Signal raus. Es gibt welche, die sind nicht omnidirektional, sondern die haben quasi eine definierte Richtung. Da muss quasi Südpol unten sein oder Nordpol unten sein, damit es funktioniert. Und wir wissen ja nicht, wie bei der Senseo das Ding drin ist. Deswegen haben wir gesagt, tun wir das einfach mit dem Omnidirektional. Und wie ich gerade bewiesen habe, es funktioniert sogar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Woche allen miteinander. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Mittwoch. Dann hoffentlich auch wieder mit Matthias.